abschluss bestätigt moin leute moin da sind auch schwer tot ok super ja wir sind auf der anstrengendsten und dann werden wir von der seite weg geholt ich will mal über thema reden also etwa nein ich wollte weg also wir sprechen mal so ein bisschen über themen also welche themen gefallen euch so so politisch so politisch und da kommt der nächste schade den kriegen wir nicht ja ich sag einfach mal wir gehen ja ein bisschen ab ja wir gehen ja richtig ab also mal in dem sinne wir reden mal ein bisschen über ein thema also ein thema über was war vor drei tagen das passt genau zum spielsetting was vor drei bis vier tagen war den vor vor fünf und sie war vor 75 jahren war genau ein thema das thema war in warschau das war auschwitz in auschwitz war vor 73 jahren vor vier tagen ein konzentrationslager und das wurde 1944 von den alliierten eingenommen wieder also bombardiert eingenommen und ich weiß nicht was mit den juden passiert ist aber es ist ein sehr interessantes thema wo es mal so sagen also mir mir ich wusste alles wir haben einen film in der schule geguckt und ja mir hat das thema immer sehr gefallen zweiter weltkrieg darf man ja so sagen auf youtube mir hat das thema sehr gefallen und dann ist das so sie gegessen ja und da wollte ich einfach mal drüber reden und da wollte ich auch ein bisschen ww2 zocken ihr dürft dreimal raten wieso ww2 weil das spiel spielt im zweiten weltkrieg da sind ein paar waffen dabei die habe ich im zweiten weltkrieg gesehen und deswegen ja ich weiß nicht ob man das so sagen darf oder ob man dafür ob man dafür keine ahnung 1 2 kriegt oder so ich weiß es nicht aber ich denke nicht also sprechen wir mal über ja war so welche themen halten zum beispiel können genau ein thema reden über meinen dritten bildschirm dritter bildschirm ich habe einen dritten bildschirm weil ich unter diesen diesem video verlinke ich mein twitter channel twitter channel mein twitter kanal wie fritz gaming auf twitter aber da werde ich noch mal in der video beschreibung dran aber da werde ich noch mal aber da werde ich noch mal auf da werde ich noch mal eine video beschreibung vorbeikommen da müsst ihr mal ein bisschen der video beschreibung mal gucken und ich freue mich auf jeden fall auf auf ein abo der mich noch nicht abonniert hat der kann mir gerne ein abo da lassen da habe ich nichts dagegen da habe ich nichts dagegen weil ich sehe in meiner warteliste es ist es gucken immer noch sehr viele meine videos ohne dass sie mich abonniert haben ohne dass sie mich abonniert haben weil es kann ja nicht sein ihr und dann und dann müsst ihr euch die glocke aktivieren ne muss und deswegen deswegen habe ich so gesagt ich spreche das immer so an weil als normaler game over weil es gibt nämlich auch ähm also ich sage mal mal der noch kein abonnent ist der meine videos guckt lässt doch bitte ein leichter ein kommentar da und ein abo da und die glocke das ist ein bisschen viel ein abo ist kostenlos auf twitch könnt ihr mir v da lassen ja klickt aber auf den link auf die ich nenne das fünfte mein fünfter link davor vor dem link ist bei pt dass ich immer pc drin habe das habe ich auch als link kann der mal der deutsche die fressern chat alles stummschein aktivieren so alles stummschein ist aktiviert und auf jeden fall über so ein thema ist doch geil mal zu reden oder weiß noch nie wie es bei euch steht aber ja eigentlich recht geil ist doch eigentlich recht geil dass man ja schon fein zum training und sieht auf jeden fall ja wir spielen weiter team der verschobt 944 ja auf jeden fall es ist schon 23 uhr und ich nehme mir immer noch auf ja wir spielen immer ich glaube ich habe die verkehrte waffe verkehrte waffe verkehrte waffe nein weil ich an den scheiß tonnen hängen geblieben bin ich glaube so lange kann ich die mit zauber da oder gerade war kurz kurz hier gucken da gucken so fernkampf habe ich auf jeden fall gewonnen so war die erste streaks da wollen wir ja nicht nein schade aber auf klaus wir so ja aber auf jeden fall also hier war das thema ist auf jeden fall zum ansprechen weil warte ich komme kurz zu dir da auf jeden fall dass ich sage mal zu jeder runde die ich jede runde die ich spiele nicht jede runde als spaß ich gehe nicht auf gameplay oder schwitzige das kann ich einfach nicht das kann ich einfach nicht da zog ich zu wenig dann sage ich selber zu als ich zu wenig zocke und auf krasse gameplays zu gehen ja ich habe mal so geile ich habe mal so geile erfolge aber auch richtig geile missgeschicke das ist jetzt zum beispiel ein kill gewesen aber ich treffe halt ich treffe halt nicht immer die gegner das ist das ich treffe nicht immer also so kommt schade auf jeden fall wir gehen mal ein bisschen ab hier auf jeden fall habe ich doch ja ich sage aber mal danke dass sie zu gut habt bis zum nächsten mal ich bin auch fest wir hoffen es hat euch gefallen du bist ein ruhigeres video bei mir ja sagen wir mal danke dass du gut bis zum nächsten mal ich bin auch fritzschau ich bin nur fritzschau und jetzt gehe ich nochmal live heute auf twitch aber wenn das video hochgeladen ist dann gehe ich live wenn das video hochgeladen ist das kommt gleich an ja dann ist es live wir sagen Danke, dass du da tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bin auch Fritz. Ciao.